Hallo Leute und Willkommen auf Erde 1281. Zusammen mit Eike. Ja stimmt, ich muss mir wieder dran gewöhnen, dass die Guardians immer dazwischen quatschen. Ich war Eike? Eike? Ja? Eike ist wieder lustig drauf. Hallo Eike. Hallo. Ja, ja, ja. Willkommen Eike, ne? Hab ich schon gesagt, ne? Ich hab extra nachgeschlagen im Marvel-Wiki, ne? Bring and back. Ja, unsere Erde ist Nummer 1281. Ist das gedacht? Ja, ja. Ist aber nicht so geil. Bisschen überbevölkert. Bisschen Krieg. Ich war Eike und Ökos. Das ganz Schlimmste. Ich suche das, bevor wir noch hinweisen. Ja. Ich versuche erst mal hier die ganzen einzelnen, äh, zwei Mal. Ist es möglich, dass die Weltmeine... Äh, ist die Weltmeine... Abgebrochen. Okay. Was war das Weltmeine nochmal, Eike? Achso, ich glaube, das war sowas wie, äh... Achso, war das nicht in... War das nicht in Captain Marvel, Eike? Oh, I am Groot. Groot, wenn er ein Spinnen wäre. Ich wundere mich, ob Nicky das gemacht hat. Ich bin Groot. Alter. Immer wieder solche Sachen. Interessant. Okay, ich hatte... Ich war... Ich war uncool, Eike. Mein Kinderzimmer. Weißt, wieso? Eike. Ja? Weißt du, warum mein... Warum mein Kinderzimmer uncool war? Na? Ich hatte Ortefantentapiete. Du stehst rum, Dichan. Ja, ich wollte es noch... Nickys ID. Ich wollte es doch nur zeigen. Was meinst du, off? Ich weiß nicht. Wie, es wurde flaggt oder was. Ich bin nicht sicher. Ist die Mädelsdage der Börse an diesen Dokumenten? Ist es mit der typischen Kree-Gestation-Perioden? Äh, wie lange geht die denn? Ich wundere wirklich nicht wissen. Ja, ja, da war ja was eigentlich, wa? Ja. Wollen wir eigentlich die... Wollen wir eigentlich die... Das Tüme weiterbehalten von hier, ähm, ähm, weißt schon. Internetpolizei. Ne, nicht Internetpolizei. Ne, ähm, wie heißen sie denn nochmal? Die, die, ähm... Weltraumpolizei. Oh, wow! Die Kree hat Comicbücher? Kree, ja. Ich bin überrascht. Der Kree-Konsel ist sehr strikt an verabschiedeten Formen von Entertainment. Also, das könnte dann super wertvoll sein, dann. Wie wertvoll sind wir, wenn wir sprechen? Ja, aber kriegst du in den Comic-Shop zumindest fünf Euro für. Nicht wahr, Eike? So. Ein bisschen. Ein bisschen, ja, ja. Aber es ist nicht eingeschweißt und die Ecken sind nicht gut. So. Ja. Aber wenn du runterhandelst und ganz nett zu dem Typ bist, dann kriegst du das auch alles. Ne? Vor allem, wenn du viel Geld ausgibst. Geh mal schon vorher. Ist es normal, für Kree zu dyeern ihre Haare? Nicht, wenn sie etwas schütteln. Das ist eine Haarfärbemaschine, Eike? Also, ich weiß ja nicht. Das sieht irgendwie aus wie, naja, ähm, verstehst du was ich meine, Eike? Ja, ein bisschen. Ja, das wurde so irgendwie mal anders. War hier nicht noch was an der Wand? Nein. Ich glaube nur der Hinweis darauf, dass hier, dass hier die, ähm, die Kree es nicht so geil findet, wenn man mit anderen, ähm, Aliens miteinander rummacht. Nicht wahr, Eike? Du weißt ja, wieso. Hinten mal nicht so geil. Aber ich glaube, die Kree sind auch ein bisschen extremer drauf. Die sind ja auch blau. Die Skrull sind grün. Das ist der Grund, weswegen die kämpfen. Nein, ich glaube, da war noch ein bisschen mehr dazwischen. Das war nicht so wie bei Star Trek. Nicht wahr, Eike? Eike? Ne? Warum kämpft ihr gegeneinander? Ja, er ist auf der linken Seite schwarz und ich auf der rechten Seite weiß. Und ich, ja. Und ich bin auf der linken Seite schwarz und er auf der rechten Seite weiß. Ne, umgekehrt. Ach, egal. Nein. Was ist das? Ein Storri? Ah, ich habe ja gesagt. Habe ich ja gesagt. Das ist aber extrem. Auf Purity? Was? Konzert auf Purity? Das klingt irgendwie so wie... Ja, ist das eigentlich hier? Reinheitsringe? Ne? Jonas Blutters. Ja. Genau. Toll Perspektive. Okay, ich bin in. Aber ich habe schlechte Nachrichten, Lagerbein. Und Eike? Nein. Nein, Eike, nein. Eike? Ja? Obwohl dich jetzt wieder aufregst? Nein, das musst du so sein. Man muss sich hier umschauen, damit er inzwischen halt das hacken könnte. Du weißt schon. Du weißt ja, wie in Filmen man das so kennt. Immer auf das Tartor rumhacken. Äh, es gibt keine Maus. Nicht wahr? Warte, ich will noch das ansehen. Ja, es machen hier Unterschiede, ja? Was? Nur weil ich weiß bin. Naja, oder blau? Oder rosa? Ich weiß nicht. Im Vergleich zu blau, Eike. Kommt es mir so vor? Ist die Schrift von... Kommt es mir so vor? Ist die Schrift von den Krieg irgendwie japanisch, Eike, oder? Oder? Sieht ein bisschen wie... Sieht ein japanische Schriftzeichen aus, Eike, oder? Ähm, ein bisschen. Und, äh, ja, was ich vorhin fragen wollte. Jetzt halten sie ja zurück an die Klappe. Okay, warum... Wie konnte Gamora plötzlich sehen, was er hier anschaut, wenn sie gar nicht im Raum ist, Eike? Hm. Sie hat Kräfte. Und einen Riesenausschnitt, zumindest in der Comic-Version. Schön. Ähm, ja, Eike? Äh, sollen wir die Kostüme jetzt weiterbehalten von den, äh... Das ist aber jetzt zu Ende ist nicht... Ja, es kommt ja noch. Es geht ja noch weiter. Ja, mach uns ganz! Ja, kommt ja da noch, ne, Eike? Kommt am Mittwoch, genau. Ja, als Ersatz für Doom Eternal mit allen Sheets, was irgendwie eher langreich ist. Ja, das kommt diese Woche nicht mehr. Das kommt diese Woche nicht mehr. Ja, aber, ja, ich weiß, weil es auch ziemlich langweilig ist, weil... Einfach durchgegangen, immer wieder ein Glory Kill, nächster Glory Kill, noch ein Glory Kill, noch ein Glory Kill. Man muss ja nichts mehr einsammeln, ist ja alles schon fertig. Äh, warte mal, was ist das? Ich will das sehen, ich muss alles anschauen, damit die Leute das nicht mehr spielen müssen. Also, was bin ich da? Nichts. Cool. Sie ist der Kapitän. Kapitänze halten Logs. Du hältst Logs? Ich versuche euch zu erzählen, sie sind weg. Ja, ja, und all die Leute, die sie sehen, kennen jetzt so, ah, das kenn ich. Es gibt Ghosts irgendwo im System, das ist, wo ich kategorisch versuche. Nicht literal Ghosts, Drax, er spricht über Daten, richtig? Ja. Ja. Aber wir müssen direkt den Nexus accessen, das bedeutet, gehen zu den Brücken. Natürlich, was wäre das? Wir müssen nicht gehen, bis wir wissen, was passiert ist. Center of Operations ist es. According to the ship's map, die Brücke sollte direkt durch hier sein. Okay. Ja, ich weiß nicht, Eike, ist, 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 wirst du sagen, dass, ähm, Guardians ein gutes Spiel ist zum Let's Plane? Eike. Ja? Wirst du sagen, Guardians ist ein gutes Spiel zum Let's Plane? Ja, ich will sie wirklich, weil du die ganze Zeit immer alle zehn Sekunden... Eike. Wenn du das noch einmal sagst, bin ich raus. Da gibt es den Arsch, da gibt es den Arsch voll. Oh, dreh nicht mit mir. Oh, das ist ein Tierreport-Eitem. Das ist einer der Priester da unten, nicht? Oh. Okay, so sieht es, wie die Kirche ist behind there. Oh, crap. Äh, nuts to this. I'm not ready. Stop. Moving. Wah! Ich glaube, das sollte so. Hui. Es ist, es ist, was ist das, Eike? Ach, das ist ein Roboter, soll das sein? Ja, hau drauf! Warte mal, ich sollte ihn wieder was scannen, Eike, nicht wahr? Rücksichter, ein Inquisitor, richtiges künstliches Wesen, einen Tau umbringen und gnadenlos eliminieren. Achtung, von tötlichen Griff, Gefährten im Blattfeil sofort unterstützen. Exoskeletik, die unverwundbar durch Pasma, Umweltgefahren auslösen, aber sofort möglich. Okay. Ja, da muss ich jetzt. Müssen wir versuchen hier mit, äh, versuchen wir mit eins zu drehen. Müssen wir mit Team versuchen, in dem Fall, und wir brauchen Abstand. Peter, Trax, need help! Und... Hau weg! Oh, jetzt können wir glaube ich einen Angriff machen. Man, that giant robot can take a lot of pain! Natürlich, der ist ja auch gepanzert. Wie ein Messer durch Butter. Hä? Ja, komm, direkt aufs Auge, es ist ja nur eins, nicht wahr, Eike? Ja. Ah, fast erwischt. Ja, komm, geh auf mich! Auf das Auge zielen, natürlich. Ich glaube, ihr seid gut, Eike, oder? Kann nicht hier, äh, kann nicht Rex hier irgendwas auf den Kopf schmeißen, oder so? Du bist ganz schön still. Ja, ich versuche ja gerade, wie ich mich so konzentrieren, Eike, ein wenig. Und Vollstreffer! Oh, ich glaube, er ist kaputt. Einfrieden ist doch eine gar nicht so schlechte Idee. Ja? Oh, scheiße, jetzt habe ich den Moment für den Kopf, oder? Verpasst, äh, Spektal, verpasst. Scheiße! Oh, fuck, 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 fuck! Oh, jetzt, jetzt geht er auf, Eike! Ja! Das nimmt man Teamwork, Eike! Natürlich, wir müssen uns mal sehen, 1-1 am Eike, nicht wahr? Muss man. Normalerweise schon, ja. Ah, verstehe. Müssen wir ja wieder hier aktivieren. Warte, mit Elektro, Elektro-Wass natürlich. Ja, so halt. Das ist doch 1x1 des Fantasy-Spiels. Ich war Eike, wenn man ein neues Gerät bekommt, dann muss man es einsetzen. Wie in Enterhack. Das muss man. Bei Zelda und Co. Haben wir doch gelernt. Nein, wir bauen keinen Bus. So sieht also ein Server aus. Nein, nicht schon wieder. Genau, erst mal wieder einsammeln hier, was wir hier haben. Ein Hintergrund. Äh. So. Das ist ein Unterschied. Äh, lasst es gehen. Lass ihn denken, dass es Eike gibt. Ja, er sollte mir nicht drauf heute eingehen. Ich war Eike. Ghost in the System. Da muss ich an den Film denken. Wie ist er, der Killer im System? Ich weiß schon. Mit den Killern. Oh, no. Cringe. Cringe. Hörst du auf. Ja, ich weiß. Das ist dein Trademark. Ich kann natürlich jetzt einfach den Weg geben, den wir nehmen müssen, Eike. Ja. Nö? Kannst ja schon denken, was Rocket hier uns vormacht. Geiler Hintern, umgebracht. Ich dachte, jetzt geiler Hintern, äh, Quill. Nö? Wir müssen über die Blöcke hoch, aber hier ist ja noch was. Da siehst du es, Eike? Ja. Wir haben ein geheimer Weg hier mit mit einem extra Komponenten. Den müssen wir wieder aufbauen. Also, äh. Ja. Ein Boden, der unter Strom steht. Das kommt mir bekannt vor. Aber, äh, dann machen wir schnell hier. Sieht ihr, Leute? Man muss auch mal beobachten, nicht einfach direkt los. Nicht wahr, Eike? Ich muss gestehen, Eike, ich hab mir zuerst auch hier, äh, eine eingefangen. Ja, das hier ist nicht blind. Eike, das können wir ja verraten. Wie oft würdest du es noch verraten? Sehr oft. Ja, du hast ja schon vorgemacht. Ah, da kann man nicht zwischen, okay. Ja. Ja, beruhigt euch mal. Statt. Unsere Flaschen. Jetzt hör mal auf, ja. Rezeption wird wahrscheinlich besser sein, wenn wir auf der Brücke. Ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ah, er ist ja nochmal, äh, Nova-Rahmen, Eike, oder? Nee, ist das, ich glaub, das sind eher, äh, Energy-Trinks. Passt. Ist hier noch irgendwas? Nein. Ah, es geben wir in den Mülleimer. Wichtig. So. Ein Abfallwelter. Hätte man nicht gedacht, nicht wahr? Okay. Vielleicht sollten wir den Roboter-Priest hinterlegt haben. Ja, nächste Mal, wenn wir einen gigantes, mordlichen Roboter-Priest treffen, dann stellen wir ihn erst und fragen Fragen. Do you have Rope? Nein. Then your plan is untenable. Äh, ja, genau. Ich glaub, das hätte nicht gebracht, Eike, ne, den einzubinden, äh, festzustehen und auszufragen, oder? Boah, der hat ja gar keinen Mund gehabt, der Roboter. Der aussieht wie einer, wie dieser Roboter, diese eine Figur, der, in den er reingeschnüpft ist. Ich weiß nicht mehr den Namen der Figur. Muss man mal nachschlagen. Ich glaub, das verlinke ich mal hier im Video, ne, wo das erklärt wurde, dieser Roboter von der Form hier. Ja, ja, es sind wirklich Roboter, die so aussehen. Musst ihr euch, äh, nicht wundern. Nicht wahr, Eike? Genau. Im Marvel-Universum ist alles möglich. Und im Universum noch viel mehr. Ja. Äh, ja gut, kann ich ja dann in der nächsten Folge dann mein Fazit bringen. Nicht wahr, Eike? Ne? Aktuellen, aktuelle Sachen muss man einbauen. Das bringt mehr Klicks. Nicht wahr? Du weißt, was ich meine, Eike, oder? Nein. Dr. Stranche. Du stehst rum. Nein, wir machen jetzt Schluss. Und, das wird geschnitten. Nein, wir machen jetzt hier Schluss mit Dr. Stranche 2 in der nächsten Folge. Also, dann sehen wir uns dann... Nicht aktuelles, keine Zeitreferenzen. Das ist zeitlos hier. Das ist zeitlos hier? Deswegen führen wir 18 Jahre Musik. Wir reden auch nicht über Donald Trump. Das hast du doch mal gesagt. Habe ich niemals erwähnt. Okay, gut, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dann.